Ich zeige dir in unter 30 Sekunden, wie du in Minecraft aus einem ganz normalen Steinblock eine geheime Truhe machen kannst, wo keiner deiner Freunde mehr Items rausklauen wird. Für diesen Trick braucht ihr nur drei Items und zwar Steinstufen oder generell Stufen eurer Wahl und einen Block, um das Ganze dann wieder zu tarnen, also in meinem Falle dann einen Steinblock. Ihr baut euch so genau, wie ich es hier gerade mache, in die Wand rein. Als nächstes platziert ihr eine Truhe, wo ihr eure wertvollen Items reinstecken könnt, zum Beispiel diese Diamanten hier. Davor müsst ihr dann Steintreppen platzieren, damit sich das Ganze dann auch in diesen Berg wirklich terraformt, ohne dass man sieht, dass hier irgendwas komisch gebaut wurde. Und dann baut ihr das Ganze zu und schon sieht man nicht mehr, dass da eine Truhe ist. Und jetzt könnt ihr genau in der Ecke von diesem schräg platzierten Steintreppchen einfach durchklicken und ihr könnt auf die Truhe zugreifen. Wie geil ist der Trick bitte? Wenn ich mehr solche Geimpfischstücke bauen soll, lasst jetzt ein Like und Abo da.